Hallo und da sind wir wieder. Entschuldigt, dass ich ab der Stelle anfange, aber ich bin das letzte Mal einfach nur verzweifelt und habe sehr oft geflucht und von daher wollte ich gerne ab der Stelle weitermachen. So, wir haben auch ganz viel Energie, zumindest mehr oder weniger viel Energie und wir sind ja das eine Mal hier abgestürzt, ganz glorreich und ich hoffe, dass wir das dieses Mal besser schaffen. So, dann schauen wir mal, ob wir das diesmal besser hinkriegen. Jawohl, immer wäre es jetzt gerade fast schief gegangen, aber dafür hat es jetzt funktioniert. Und jetzt könnten wir hier auch speichern, was wir auch tun werden, aber ich will noch weiter bis zum nächsten Speicherpunkt, dass ihr da auch was zu sehen bekommt. Na hoi. Ihr, helft mir! Wie heißt das so schön? Der Feind meines Feindes ist mein Freund. Lasst von ihr ab! Wir haben noch eine Rechnung zu begleichen. Wir haben noch eine Rechnung zu begleichen. Es ist kein Platz für euch auf dieser Insel. Das sehe ich anders. Das ist erst der Angst. Ich rieche eure Angst. Jawohl. Das beeindruckt mich nicht. Ne? Mich auch nicht. Und jetzt. Oh! Es ist kein Platz für euch auf dieser Insel. Meine Güte, muss man hier drücken. Wie? Wie? Nein! Ein bisschen zurückspulen. So, jetzt. Okay, das mache ich. Ne, nochmal. Das werde ich nicht nochmal tun. Nein! Und jetzt hat sogar gleich die Musik aufgehört. Weil ich zurückgespult habe. Dum 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 dum. Ja, ja. Was soll ich sagen? Entschuldige, dass ich dich unterbrochen habe. Du böses Mädchen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Viel klicken. Schnell klicken. Los jetzt. Los, 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 los. Ich sage es mir, wenn ihr für den richtigen Kampf bereit seid. Bin noch für den richtigen Kampf bereit. Du kriegst gerade Haue von mir. Was? Ihr seid es nicht wert, dass ich meine Zeit mit euch verdeude. Das langweilt mich. Nein! Nein, 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 nein. Los. Sag es mir, wenn ihr für den richtigen Kampf bereit seid. Bin ich doch. Los, komm, 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 komm. Jetzt kann ich. Da werdet ihr euch wohl noch mehr anstrengen müssen. Jawohl. Versuch das noch einmal. Versuch das noch einmal. Jawohl. Gleich ist sie da unten. Wenn ich nicht vorher da unten gehe. Ihr habt die Wahl. Lauft oder sterbt. Das war's. Wartet. Bitte. Ich muss mit euch sprechen. Was wollt ihr von mir? Eine Audienz bei der Herrscherin. Die Herrscherin spricht mit niemandem. Wofür haltet ihr euch? Ich bin der Prinz von Persien. So, so. Heute ist ein wichtiger Tag. Sie darf nicht gestört werden. Ich fürchte, ihr habt keine Ahnung, wie wichtig es ist. Du, wisst ihr nicht? Ihr könnt dem Schicksal nicht entgehen. Ihr könnt dem Schicksal nicht entgehen? Hat sie mit mir gesprochen? Woher kennt sie meinen Plan? Vorsicht! Bleibt dort! Ich finde den Weg zu euch! Nein, Prinz. Geht und kehrt nicht zurück. Die Herrscherin verabscheut Männer. Sie wird euch töten, wenn sie von euch erfährt. Oh ja. Das hat die ja gerade eben auch schon probiert. Karte angucken. Machen wir später. Karte. Oh, oh, oh. Kiste. Kiste. Ein Award freigeschalten. Die hat doch aber ihr Schwert hier verloren. Wo ist das? Ich will das haben. Jetzt kriege ich noch nicht einmal ein Schwert zur Belohnung. Ein neues, kraftvolles. So. Darüber. Bop. So. Und dran. Und hüpfe. So. Wo muss ich jetzt hin? Von hier aus sehe ich natürlich ganz viel. So. Von hier sieht es so aus, als würde ich hier nicht weiterkommen. Deswegen hier rüber. Einmal rum. Und hüpfen. Okay. Seitenwechsel. Und hüpfen. Seitenwechsel. Na komm. Und. Hüpfen. Fantastisch. So. Jetzt schauen wir mal. Da oben ist was, wo wir vielleicht hinkommen könnten. Und dazu muss ich aber hier rüber laufen und abstürzen. Ja. So. Kann man hier auch irgendwie Seiten wechseln? Halt hier die Richtungstaste gedrückt, um an ein Seil zu schwingen. Hm. Würde ich ja gerne, aber... Der hält sich nur auf der einen Seite fest. Das soll aber zu der anderen Seite an. Aha. Aha. Und hüpfen. Muss ich jetzt springen oder muss ich jetzt laufen? Ob ich hier an der Wand überhaupt langlaufen kann? Nein. Also wird es doch mit dem Springen sein. Jawohl. So. Und hier ist wieder eine Speicherstelle. Ihr wisst, was das bedeutet. Bis zum nächsten Mal. Und ich hoffe, ihr schaltet euch das nächste Mal wieder ein. Bis dahin. Tschüss. tschüss. Ja.